Münsingen ist die nach der Fläche größte Gemeinde im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg. Mit einer Einwohnerzahl von rund 14.000 ist die zwischen Reutlingen und Ulm gelegene Stadt ein Mittelzentrum der Region Neckaralp. Ein Großteil der Gemarkung von Münsingen gehört zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Geografie Münsingen liegt auf der Schwäbischen Alb und gliedert sich in den Hauptort und die Ortsteile Apfelstätten, Bicheshausen, Buttenhausen, Gundelfingen und Hundersingen im Teil der Großen Lauter sowie Auingen, Börtingen, Bremelau, Dortingen, Margolsheim, Rietheim und Trailfingen auf der Münsinger Albhochfläche. Börtingen war eines der bedeutendsten Abbaugebiete für Onyx Marmor in Europa. Das hier abgebaute Gestein wird auch als Börtinger Marmor bezeichnet. Der Abbau ruht schon seit Jahrzehnten. Folgende Städte und Gemeinden aus Zeilandkreisen grenzen an die Stadt Münsingen aufgezählt im Urzeigersinn. Bad Turachoi im Nord-Nordwesten, Gutsbezirk Münsingen-Roi im Norden, Schelklingen-Natk im Osten, Meerstetten-Roi im Osten, Ehingen-Natk im Südosten, Haingen-Roi im Süden, Hohenstein-Roi im Südwesten, Gomadingen-Roi im Westen und Seingt-Johan-Roi im Nordwesten. Die Stadt Münsingen gliedert sich in die 13 Stadtteile Apfelstetten, Auingen, Bicheshausen, Börtingen, Bremelau, Buttenhausen, Dortingen, Gundelfingen, Hundersingen, Margoldsheim, Münsingen, Rietheim und Trailfingen, die bis in die 1970er Jahre selbstständige Gemeinden bildeten. Zur Stadt gehören Münsingen und 26 weitere Dörfer, Weilerhöfe und Häuser. Siehe auch, im Stadtgebiet liegen die abgegangene Burg Reichen A, die Wüstungen Buchhausen, Hochstetten und Niederweiler, Ratzenhofen, Kennenstein und Walenstetten, Rockenweiler, Berthold-Essbach, Fröschenhofen und Weidstetten, Ellwangen und die abgegangene Burg Liedstein und Brechhöfle und Sießen im Stadtteil Trailfingen. Geschichte Der Name Münsingen geht wahrscheinlich auf einen alemannischen Sippenführer Munigis zurück, der auf dem heutigen Stadtgebiet einer Huntare vorstand. 775 taucht dann der Name erstmals in einer Schenkungsurkunde des Klosters Losch auf. Nach der Frankenherrschaft geht der Ort an die Grafschaft Urach, welche ihn 1263 an Ulrich I. von Württemberg verkauft. 1339 erhält Münsingen das Stadtrecht. Bei der Teilung von Württemberg durch den Nörtinger Vertrag von 1441 wird Münsingen dem Uracherteil zugeschlagen. Bis hier 1482 im Münsinger Vertrag die Wiedervereinigung der Grafschaft Württemberg abgeschlossen wird. Am 23. Oktober 1654 wurde Münsingen zum Oberamt erhoben. Die Größe und Bedeutung Münsingens leitet sich ursprünglich durch die strategische Lage ab. Münsingen war der württembergische Widerpart gegenüber der vorderösterreichischen Donaustadt Ingen. Nach den erheblichen Gebietszuwächsen des nun zum Königreich Württemberg erhobenen Herzogtums, die durch den Reichsdeputationshauptschluss und die Rheinbundakte begründet waren, wurde auch das Oberamt Münsingen Anfang des 19. Jahrhunderts um viele neue württembergische Gebiete erweitert. Von 1938 bis 1973 war Münsingen die Kreisstadt des Landkreises Münsingen. Nach dessen Auflösung fiel die Stadt an den Landkreis Reutlingen. 1895 begann die württembergische Armee auf dem Markungsgebiet mit der Errichtung eines Truppenübungsplatzes für das 13. Armeekor. Im Dritten Reich wurde er von der Wehrmacht erneut genutzt und 1942 zum gemeindefreien Gebiet Gutsbezirk Münsingen erklärt. Dort wurde 1944 die russische Befreiungsarmee unter Andrei Andreejevich Blasso aufgestellt. Das 1915 errichtete neue Lager, das seit 1965 Herzog Albrecht Kaserne hier ist, wurde am 31. März 2004 endgültig geschlossen. Das Kasernengelände wurde von der Gemeinde in eine Parksiedlung umgewandelt. Seit April 2006 sind der 6698 Hektar große ehemalige Truppenübungsplatz und die ehemalige Gemeinde Gruon auf ausgewiesenen Wegen für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Nacht vom 3 auf den 4. Juni 1957 zerstörten mehrere Dutzend der ca. 450 Einwohner der Gemeinde Margolsheim in gemeinschaftlicher Aktion ein Wohnhaus, in dem am nächsten Tag eine Sinti-Familie einziehen wollte. Zuvor hatte die Gemeinde Margolsheim über alle möglichen Wege versucht, den Zuzug dieser Familie zu verhindern. Als dies nicht gelang, griffen die Einheimischen zur Selbstjustiz und schleiften das zweigeschossige Haus bis auf die Grundmauern. In einem Prozess 1958 wurden einunddreißig Personen wegen Landfriedensbruchs und der Zerstörung von Bauwerken zu Gefängnisstrafen auf Bewährung verurteilt. In der Einschätzung weiter Teile der Öffentlichkeit waren sie jedoch moralisch im Recht. Die Affäre Margolsheim war eines der deutlichsten Zeichen eines immer noch weit verbreiteten Antiziganismus in der BRD. Bei Münsingen befinden sich folgende Burgruinen und Burgrüste. Burg Wicheshausen, Burg Buttenhausen, Burg Hohengrundelfingen, Burg Hohenundersingen, Burg Hohloch, Ruinen Niedergrundelfingen. Von kulturhistorischer Bedeutung ist der Börtinger Marmor, der 1750 beim Bau eines Wohnhauses zufällig entdeckt worden sein soll. Er wurde im 18. Jahrhundert im Marmorsaal und Treppenhaus des Neuen Schlosses in Stuttgart verbaut. Steinbrüche, die sich im Nordosten von Börtingen erstreckten, wurden 1964 geschlossen und sind wegen Steinschlaggefahren nicht betretbar. Religionen Die Münsinger Kirche wird 804 erstmals genannt. Religiös entstammt die Kernstadt Münsingen wie auch die Stadtteile Apfelstetten, Auingen, Börtingen, Buttenhausen, Dortingen, Hundersingen, Rietheim und Treiffingen aus dem lutherischen Umfeld Altwürttembergs. Die Reformation war hier 1537 eingeführt worden. Durch den Stadtteil Margolsheim verlief die Grenze zwischen Württemberg und Vorderösterreich. Durch diese Besonderheit hat dieser kleine Ort zwei Kirchen. Die anderen Stadtteile Bicheshausen, Gundelfingen und Bremelau sind durch ihre frühere Fürstenbergische bzw. Vorderösterreichische Zugehörigkeit römisch-katholisch geprägt. Die Stadt war Sitz des Kirchenbezirks Münsingen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, bevor dieser am 1. Dezember 2013 mit dem Nachbarbezirk Baturach zum Kirchenbezirk Baturach Münsingen fusionierte. Neben den beiden großen Konfessionen sind heute auch die Neuapostolische Kirche, die Baptisten, die Evangelisch-Methodistische Kirche und die biblische Glaubensgemeinde Münsingen in Münsingen vertreten. Im heutigen Ortsteil Buttenhausen bestand eine jüdische Gemeinde. Der Anteil jüdischer Familien am Ort war sehr hoch, ebenso ihre Integration in der Bevölkerung. Beim Novemberpogrom 1938 musste daher der angerückte SA-Trupp erst den Bürgermeister festnehmen, der sich hartnäckig gegen die Schändung der Synagoge wehrte. Dann wurde das Gotteshaus niedergebrannt und die noch verbliebenen Familien wurden in der Folgezeit deportiert und somit Opfer der Schoah. Am ehemaligen Standort an der Mühlsteige erinnert ein Stein an dieses Geschehen. Zudem wurde 1961 in der Ortsmitte ein Mahnmal mit dem Namen der 45 ermordeten jüdischen Einwohner errichtet. Der jüdische Friedhof, der von 1787 bis 1943 genutzt wurde, erhielt einen Gedenkstein. Daneben gibt es in Münsingen ein Moschee, welche von der türkisch-islamischen Gemeinde zu Münsingen IV, einem Verein unter dem Dachverband DITIB, betrieben wird. Die Gemeinde hat ca. Eingemeindung in Dürrenstädten wurde bereits 1822 mit Gundelfingen vereinigt. Im Zuge der Gemeindegebietsreform in Baden-Württemberg wurden die folgenden bis dahin selbstständigen Gemeinden nach Münsingen eingemeindet. 1. Juli 1971 Auingen, Börtingen und Dortingen 1. Januar 1974 Apfelstädten und Gundelfingen 1. April 1974 Bremelau und Trailfingen 1. Januar 1975 Bicheshausen, Buddenhausen, Hundersingen, Margoldsheim und Rietheim Wappen der früheren Gemeinden im Zuge der Rekommunalisierung des gemeindefreien Gutsbezirks Münsingen wurde zum 1. Januar 2011 Die an Auingen angrenzenden Wohngebiete Königstraße, Amkarpf und der öffentliche Wohnbereich Alteslager mit einer Gesamtfläche von 96,2 Hektar und 41 Einwohnern nach Münsingen eingemeindet. Politik Gemeinderat in Münsingen wird der Gemeinderat nach dem Verfahren der unechten Teilhardswahl gewählt. Dabei kann sich die Zahl der Gemeinderäte durch Überhangmandate verändern. Der Gemeinderat in Münsingen hat nach der letzten Wahl 24 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,2%. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Der Bürgermeister wird für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Die derzeitige Amtszeit von Maike Münsing endet am 27. November 2021, um 1510. Jakob Ilsenbrandt, Ludwig Neufer, 1587. Hans H. Wüsen, N. N., 1900 zu 1922. August Werner, 1922 zu 1945. Otto Werner, 1945 zu 1949. Eugen Hahn, 1949 zu 1971. Erwin Wolz, 1971 zu 1981. Heinz Kelber R. 1981 zu 1997. Rolf Keller, seit 1997. Mike Münsing. Die Blasonierung des Wappens lautet, mit den folgenden Städte unterhält Münsingen eine offizielle Städtepartnerschaft. Baupro in Frankreich. Mezöberiné in Ungarn. Darüber hinaus unterhält Münsingen freundschaftliche Beziehungen zu Münsingen wie in der Schweiz. Die Kirchengemeinde Münsingen unterstützt außerdem ein Straßenkinderprojekt in Eldoret in Kenia und wird hierbei von der Stadt unterstützt. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Münsingen liegt an der schwäbischen Dichterstraße, die an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Die musikalische Kultur Münsingens wird hauptsächlich von den örtlichen musiktreibenden Vereinen getragen. Mit dem Posaunenchören in Münsingen, Auingen, Hundersingen, Buttenhausen und Dortingen, der Stadtkapelle Münsingen und den Musikverein Börtingen, Margoldsheim und Rietheim sind viele Vereine im Bereich der Blasmusik aktiv. Daneben gibt es mehrere Kirchenchöre sowie die weltlichen Sängergemeinschaften Liederkranz Münsingen, Männergesangverein Apfelstetten, Sängerbund Buttenhausen, Liederkranz Dortingen, Liedertafel Hundersingen, Männergesangverein Traelfing und den Chordesejw-Bezirk Münsing. Außerdem gibt es noch die Gesellschaft der Musikfreunde Münsingen und das Akkordeonorchester Münsing. Sehenswerte Bauwerke in Münsingen sind das historische alte Rathaus aus dem Jahr 1550 sowie dessen Nachfolger. Das neue Rathaus im Fachwerkhausstil, das zwischen 1935 und 1937 erbaut wurde, das alte Lager als historisches Gelände mit über 140 Gebäuden für bis zu 5200 Soldaten, Frühsoldatenunterkunft des ehemaligen Truppenübungsplatzes. Die alte Poststation ist ein Fachwerkgebäude aus dem 16. Jahrhundert. Sehenswert sind außerdem der Marktbrunnen und die 1495 durch Peter von Koblenz vollendete Martinskirche. Im Stadtteil Buttenhausen steht das gleichnamige Schloss Buttenhausen und befindet sich ein jüdischer Friedhof. Außerdem existieren mehrere Burgruinen im Lautertal, die Burg Hohenhundersingen, Burg Bicheshausen, Burg Hohengrundelfingen und die Ruinen Niedergrundelfing, Altes Rathaus, Alte Poststation, Marktbrunnen, Turm der Martinskirche, Gedenkstein am jüdischen Friedhof in Buttenhausen, Schloss Buttenhausen, Burg Hohenhundersingen, Burg Bicheshausen, Burg Hohengrundelfingen, Burg Niedergrundelfingen, Franziskuskapelle Dürrenstetten. Im Randbereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen stehen vier Aussichtstürme des Schwäbischen Albvereins, die alle frei zugänglich sind. Der 42 Meter hohe Horsturm steht etwa 1,5 Kilometer südwestlich von Römerstein-Zeiningen und wurde 1981 errichtet. Der 20 Meter hohe Waldgräuturm steht zwei Kilometer südöstlich von Römerstein-Zeiningen und wurde 1981 errichtet. Der 30 Meter hohe Heroldstadt-Turm steht etwa 2 Kilometer nordwestlich von Heroldstadt in Erbeuren und wurde 1981 errichtet. Der 08 M hohe Sternenbergturm steht unweit nordöstlich des Münsinger Stadtteils Böttingen und wurde um 1900 ursprünglich als Windmühle errichtet. Münsinger Museen sind die Erinnerungsstätte Matthias Erzberger, das jüdische Museum Buttenhausen, die Max-Kommarell-Ausstellung im Bürgerhaus Zehnscheuer, das Heimatmuseum im Alten Schloss, das Museum zum ehemaligen Truppenübungsplatz im Alten Lager bei Auingen und das Museum Anton Geiselhardt und das Burgmuseum Gundelfingen. Regelmäßige Veranstaltungen am 1. Mai findet regelmäßig das vom Luftsportverein Münsingen veranstaltete internationale Oldtimer- und Dampfmaschinenfest statt. Jedes Jahr stellen hier etwa 600 Aussteller Motorräder, Lanzbudocks, Dampfmaschinen, Oldtimer-Flugzeuge und vieles mehr Abbaujahr 1924 aus. Jedes Jahr im Sommer findet in den Straßen und Gassen der Altstadt das Stadtfest statt, welches musikalisch umrahmt besonders vom Engagement der zahlreichen Münsinger Vereine lebt. 2009 gab es am Stadtfest ein besonderes Special, 1200 Jahre Münsing. Hier wurde ein Mittelaltermarkt abgehalten. Wirtschaft und Infrastruktur, die Ural an Kunststoffverarbeitung GmbH befindet sich im Industriegebiet West. Zudem hat die Walter AG sowie die Volksbank Münsingen EG hier einen Sitz. Die Bundesstraße 465 führt von Baturach kommend durch die Stadt über Ingen nach Biberach an der Riss. Die Landesstraße 230 durchquert das Stadtgebiet in Ost-West-Richtung und bindet die Region an die Bundesautobahn 8 bei Merklingern an. Der öffentliche Nahverkehr wird durch den Verkehrsverbund Neckar-Alp-Donau gewährleistet. Die Gemeinde befindet sich in der Wabe 225. Der Bahnhof Münsingen, ein sogenannter Einheitsbahnhof, liegt an der Schwäbischen Albbahn und wird Sonn- und Feiertags von Anfang April bis Ende Oktober von Regionalbahnen und Sonderzügen angefahren, um vor allem Wanderer und Ausflügler an ihr Ziel zu bringen. Außerdem fahren das ganze Jahr über von Montag bis Freitag einige Regionalbahnen Richtung Ulm oder Richtung Gourmadingen. Seit Anfang 2008 ist Münsingen mit einem Übergangstarif auch an den Donau-Iller Nahverkehrsverbund angebunden. Die Tageszeitung Alp-Bote, die zur Südwestpresse in Ulm gehört, berichtet täglich über das Geschehen in und um Münsingen. Auch der Reutlinger Generalanzeiger ist für Münsingen vertreten. Zudem werden über wichtige Ereignisse bei dem Lokalfernsehen RTF berichtet. Hauptartikel Münsingen verfügt über ein Amtsgericht, das zum Landgerichtsbezirk Tübingen und Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart gehört. Das Münsinger Amtsgericht geriet in den 1980er Jahren durch eine sich über Jahre hinziehende Prozesswelle mit etwa 300 Nötigungsverfahren gegen Aktivisten der Friedensbewegung in die Schlagzeilen auch über regionaler Medien. Unter ihnen war auch der im Stadtteil Hundersingen geborene und 1997 als Münsinger Bürgermeisterkandidat antretende Liedermacher Thomas Felder. Die angeklagten Teilnehmer einer 1982 durchgeführten einwöchigen Sitzblockade des Atomwaffenlagers Golf bei der damaligen Eberhard-Fünk-Kaserne in Großengstingen wurden zu Geldstrafen verurteilt. Die Urteile mussten nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1995 aufgehoben werden, da sie dem Bestimmtheitsgrundsatz des Grundgesetzes widersprachen. Mit dem Gymnasium Münsing, der Gustav-Messmar-Realschule, der Hauptschule mit Werk-Realschule Schillerschule, der Grundschule Grundschule am Hart im Ortsteil Auing, der Grundschule Dortingen, der Grundschule Lautertalschule und der Grundschule Astrid Lindgren-Schule sind alle allgemeinbildenden Schulformen in der Stadt vertreten. Daneben gibt es mit der Gustav-Heinemann-Schule, der Erich-Kästner-Schule, der Karl-Georg-Haldenwang-Schule für geistig Behinderte und der Außenstelle der Körperbehinderten-Schule Mössingen auch vier Sonderschulen. Ergänzt wird das Angebot durch die berufliche Schule Münsing. Für die jüngsten Einwohner gibt es sieben städtische, fünf evangelische und einen römisch-katholischen Kindergarten sowie zwei Kleinkinderstuben. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt 1782-16, September, Johannes von Werner 5, September 1849 in Reutlingen, Finanzkammerpräsident, Landtagsabgeordneter. 1841-27, Dezember, Liemann-Bernheimer, 29, Mai 1918 in München, Kaufmann und Metzen, 1855-18, Juni, Max Rosengart, 19, Mai 1943 in Stockholm, Rechtsanwalt, Ehrenbürger von Heilbronn sowie langjähriger Vorsitzender der Süddeutschen Volkspartei. 1869-11, Januar, Theodor Ehemann, 31, Juli 1943 in Schwäbisch-Gmünd, württembergischer Oberamtmann, 1875-20, September, Matthias Erzberger, 26, August 1921 in Bad Griesbach im Schwarzwald. Von der rechten Organisation Konsul ermordeter Zentrumspolitiker und Finanzminister der Weimarer Republik, 1876, Januar, Theodor Rothschild, 11, Juli 1944 in Theresienstadt, Reformpädagoge und langjähriger Leiter des jüdischen Waisenhauses in Esslingen am Neckar, Opfer der Schwa. 1883-22, Mai, Erwin Nestle, 21, November 1972, Theologe und Altphilologe, 1890-25, Januar, Karl Adler, 10, Juli 1973 in Leonia, deutsch-jüdischer Musikwissenschaftler und Musikprofessor, 1902-25, Februar, Max Comarell, 25, Juli 1944 in Marburg, Literaturwissenschaftler und Dichter, 1925-29, November, R. U. L. Bückle, 12, Juni 2005 in Stuttgart, Luftfahrtpionier, Jagdflieger und Gründer der Südflug International, 1929-28, Februar, Friedrich Mildenberger, 24, März 2012 in Erlangen, evangelisch-lutherischer Theologe und Professor für systematische Theologie. 1941-24, Juli, Paul Münch, Hochschullehrer und Historiker, 1952-18, September, Heinz Seifert, Politiker, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, seit 2005 Landrat des Alp-Donau-Kreises, 1953-19, März in Hundersingen, Thomas Felder, Mundart, Dichter und Liedermacher, 1959-22, März, Manfred Effinger, Wissenschaftsmanager und Politologe, 1964, Februar, Jürgen Haas, Regisseur, 1975, März, Andreas Glück, Landtagsabgeordneter und Chirurg, 1978-29, Juni, Dirk Schrade, Vielseitigkeitsreiter und Olympiasieger, 1978, September, Richard Siegel, Landrat des Remsmoor-Kreises, Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben, Johann Kaspar Begneto, Baumeister des Barock, Meyer Bernheimer aus Bottenhausen, Tuchhändler, Gründervater der Münchner Firma Bernheimer für Stoffe, Möbelstoffe und Teppiche, später Kunsthändler, Sixt Karl von Karpf, evangelischer Theologe und Pietist, Dekan in Münsing, Jakob Stern, Rabbiner, Journalist und sozialistischer Schriftsteller, war von 1875 bis 1880 Rabbiner in Bottenhausen, Naftali Berlinger, Lehrer und Rabbiner in Bottenhausen, Erwin Rommel, Heeresoffizier und späterer Generalfeldmarschall, war 1915 in der Herzog-Albrecht-Kaserne-Kompanie und Kampfgruppenführer, Gustav Messmer, Flugfahrradbauer und Künstler, starb in der Diakonie in Bottenhausen, Erich Hörz, Erfinder, Pädagoge und Philosoph, Horst Glück in Münsingen gestorben, Landtagsabgeordneter und Chirurg, Gunter Haug, Schriftsteller, Hermann Wenzel, Rektor der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, langjähriger Stadtrat, Maximilian Podolny, Junioren-Kickbox-Weltmeister und Schüler.